Herzlich Willkommen in meiner Tierklinik. Hallo Frau Doktor, ich befürchte mein Tier ist krank. Ich befürchte mein Tier ist krank. Ich habe zwar keinen Termin vereinbart, aber mein Liebling hat die Nacht nicht geschlafen. Auf geht's, jetzt wird Sport gemacht. So mein Schatz, jetzt trainieren wir ein bisschen. So mein Pferdchen, jetzt wird trainiert. So mein Pferdchen ist krank. So mein Pferdchen ist krank. So mein Pferdchen ist krank. Untertitelung des ZDF, 2020